Jo, ich muss noch vergleichen. Boah, ist das kalt. Ich meinst, wenn ich das Fenster auf und mir ist es kalt, dann war ich mal. Oh, egal. Okay. Und wie sind jetzt Sniper erhalten? Ja, ich hab keinen Sniper. Nein! Okay halt. Was? So, Pistol. Jaaaa. Komm, nehm ich dir. Äh, ich kann eigentlich verkaufen. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. So, jetzt haben wir gekauft. Ja, immer geöffnet. Ja, egal. So. Durch, haben wir. Ja. Äh, ja. So, jetzt. Gehen weiter. Und wir singen ja. Tja, rennen oder nicht rennen? Ja. 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 Oh, fucking yes. Alles? War nicht so besonders viel. Alle mit den Snipern. Die Snipern. Ja. 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 Oh, langweilig. Oh. Ein paar Punkte haben wir bekommen. Du hast das Happy Pig-Mutei gefunden, was? Die Bloodshots haben den Laden ordentlich aufgemischt, nachdem Roland sie aus Sanctuary vertrieben hat. Wenn du die Dampfpumpe reaktivierst, kannst du vielleicht alles wieder einschalten. Einschalten. Okay, versuchen wir. Ich verstehe. Und ich erkläre dir jetzt ganz langsam, was zu tun ist, damit du es auch kapierst. Bereits? Das Ding ist total im Eimer. Such nach Ersatzteil von... Mit der Nähe des Motels. Was du nicht sagst. So viel weiß ich auch, du kleiner Glückscheider. Ganz langsam, dieses Ding ist im Eimer. Wow. Das Ventil findest du ganz oben an der Spitze dieser Pumpe. Du wirst sie hochklettern müssen. Wie ein zugeguckstes F-Genau-Slack, wenn du rankommen willst. Und ein Kernrecker hat unsere Dampfpumpe abgeschaltet. Durchsieb die! Du hast das Dampfpumpe? Cool! Die Punkten liefen früher mit einer anderen Technik. Aber es war beschwert. Also haben sie es geändert. So, jetzt. Bist du tot. Ich bin glücklich. Und wo... Na komm! Gib mir! Gib mir mehr! Ja! Dave! Und hart! Ja! Alter! Ich übertreibe langsam. Boah! Ja! Okay, die nächste Pumpe brauchen wir. So! Was war das? Also das! Ja, klasse! Ey, geht! Hm, lecker! Was ist das? Geil! Irgendwas habe ich bekommen. Ich bette meine letzte Niere, dass in der Pumpe da eine Sicherung steckt. Öffne einfach den Sicherungskasten und schnapp dir das scheiß Ding. Oh, verdammt! Es scheint, die Stecks haben den Kondensator dieser Lampenpumpe verputzt. Knall die Fiecher ab, bis eins von ihnen das Ding ausspuckt. Aaaaaaah! Aaaaaah! Das sieht doch ganz nach der Sicherung aus, die ich gesucht habe. Kleine Frage am Rande. Findest du es seltsam, dass ich mitbekomme, wenn du etwas aufhüpfst? Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachten kann? Moment! Wir können das jetzt schnell? Jaaaaaaah! Was meint auf dem Klo? Egal! Ja! Ich freue mich auf dem Klo! Mhm! So! So weit haben wir schon. Jaaaah! Jaaaah! Bis jetzt ist alles in Ordnung? Ok, nicht ganz. Wow! Wow! Alle? Nur eine noch. Oh ja! Das war nice. Schnell und gnadenlos. So! Jaaaah! 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 Ich werde, glaube, ich mache, kleine Pause! Und ja, Leute! Wir sehen uns im nächsten Video! Tschüss Ja, ja, tschüss, ja, ciao